Ich finde Zuversicht zunächst mal einen schönen Begriff. Es heißt für mich, optimistisch nach vorne zu schauen und auch von der Zukunft etwas zu erwarten. Ich erlebe immer wieder pessimistische Tendenzen in unserer Gesellschaft, von Verschwörungstheorien angefangen, Klimawandel, bis hin zur extremistischen Ausrichtung von Teilen von Menschen in unserer Gesellschaft, in Deutschland und auch weltweit. Und mir gibt Zuversicht, dass ich mit Menschen unterwegs bin, die meine Werte teilen. Und das bedeutet für mich, die sich einsetzen für eine Welt, für eine bunte Welt, in der alle Menschen leben können, in der Frieden, Gerechtigkeit, keine Fremdworte sind. Und wir gemeinsam uns dafür stark machen und uns den Herausforderungen stellen. Und Zuversicht gibt mir auch über die politische Dimension hinaus, auch meine Familie, meine Frau, Kinder, Schwiegerkinder, Freunde und nicht zuletzt mein Glaube. Mein Glaube an einen Gott, der diese Welt in den Händen hält. Und diese Welt ist nicht verloren und ich bin auch nicht verloren. Und das erfüllt mich mit Zuversicht. 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 Untertitelung des ZDF, 2020